Die Arti-Show Aarau findet zum zweiten Mal statt. Es dürfen immer 20 Künstler in 20 Schaufenster ausstellen. Mich hat interessiert an diesem Projekt das Hin und Her zwischen Zuschauern und Kunst, und zwar ein Offenungspublikum. Leute, die auch sonst nicht in Museen gehen, sich irgendwie auch etwas an die Kunst hinzubringen. Als ich angefragt wurde von Esther Haltiner vom OK, das hat mich einfach fasziniert, was sie hier machen. Und ich denke, da ist ein schönes Schaufenster, da laufen viele Leute dabei, da muss ich eigentlich mitmachen. Spannend ist auch, man weiss gar nicht, welcher Künstler das kommt. Und die Reaktionen, die ich jetzt habe von den Passanten, von den Kunden auch, die sind irgendwie irritiert und das andere fasziniert. Und dieses Jahr ist es wirklich ein ganz spezielles Projekt mit diesen Schwimmen. Und es macht einfach einen Spass. Es war sehr einfach, Künstler zu finden, die mitmachen wollten für die Artischau Aarau. Es hat aufstrebende Künstler sowie auch bereits anerkannte Künstler, die das Interesse gezeigt haben. Und wir waren fasziniert von der Vielseitigkeit der Bewerber. Es war sehr einfach, Läder zu finden, die mitmachen wollten bei der Artischau. Es gab doch viele Kunstbegeisternde oder einfach Leute, die die Kultur in Aarau unterstützen wollten. in der Aarau zu haben, die mitmachen wollten. Und das ist eine andere Geschichte der Bewerber. Und da ist die Geschichte des Falsen, die mitmachen wollten. Die Räder hatten wir gebarten. Und das war, wie einig, das war, das war das war. Aarau zu haben, dass wir vielleicht eine Idee auch noch verstanden. Und das war nicht, oder eben schon mal wenn besonnen Harr supplements,